pass auf wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen und dann brauchen wir katzdorn wir haben aber kein katzdorn mehr wir brauchen stein wir brauchen stein nichts aufgesammelt was haben wir denn mit dem stein gemacht und warum werde ich mit der falle ich würde doch hinsetzen ein bisschen durcheinander da unten wir müssen platz schaffen und zwar lassen wir die sachen erst mal hier das und das und das und sorry gut das lassen wir jetzt mal eben hier die kann ich mir nicht essen lassen und dann landen wir jetzt mal eben runter zu den steinen die werden ja auch wirken gewesen naja egal und dann holen wir uns steine wir brauchen das war das vier katzdorn sich glaube ja wo sind die steine da und dann brauchen wir noch drei ex ganz wichtig stein nein machte mal eben weiter ja hau drauf wirzen was das zeug hält wir brauchen sachen da oben ist auch noch einer ok stein 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 da ist nix stein 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 ste und die Federmäuse rauslassen. Das wäre bestimmt lustig. Ich hätte ja auch ausprobieren können... Moment, hast du noch einen Hasel dabei? Lass uns mal austesten. Ja, fressen sie. Okay, die fressen auch geröstete Karotten. Ah, guck mal. Jetzt habe ich aber meine Fackel. Resikieren wir das? Ich riskiere es einfach mal. Ist vielleicht dumm, aber was soll's. Beide brauchen wir immer noch Kohle ohne Ende. Zack. Schnell weg. Spaß nicht. Hör auf zu brennen. So. Dann sollen wir die Kohle ein. Dann sollen wir jetzt auch mal mit der Schildur. Wo waren die Steine? Da waren die Steine. Die, 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 die. Hier sind auch schon welche. Die nehmen wir natürlich auch gleich mit. Steine. Steine. Wo seid ihr? Da. Und sogar mit Gold. Cool. Ah, ja. Das ist mir da jetzt verrattet. Ach, das waren die Bären, ne? Die sind nur verrattet. Okay. Na ja, was soll's. Noch haben wir ja genügend davon. Aber wie gesagt, ich hätte immer noch gerne einen Kühlschrank. Das wäre schon nicht schlecht. So, jetzt haben wir 21. Für einen Cutstone brauchen wir wieviel? Boah, drei Stück. Das ist schon ganz schön viel. Wir nehmen noch welche. Die nehmen wir natürlich schön mit. Hier, komm. Isst ihr den Kieschen mal die Müllchen weg? Ja, ich weiß, dass es nicht mehr besonders lecker gewesen ist. So. Das ist immer noch nicht ziemlich viel. Das ist immer noch nicht ziemlich viel, ja. Hm. Das war jetzt auch ein schöner Satz. So, mehr. Da liegt noch was rum. Ähm. Boah, Jessie rennt mir da nicht durch, okay? Gut. Schön mal vorbei. Gut. Boah, was war das denn? Ein Blümchen? Ne, Seeds war das okay. Ja, I'm so hungry. Sorry. Ähm. Wir haben jetzt aber auch noch nichts. Ne, da muss ich erst was kochen, aber wird ja sowieso gleich dunkel. Dann müssen wir mal gucken. Ach komm, Flint haben wir ja so genügend. Irgendwie macht das Sprachzentrum heute nicht so mit, wie es gerne hätte. Da schreit geradezu noch einen Neustart. So, da oben ist auch noch was. Und dann haben wir jetzt auch genug. Mehr kann ich gar nicht aufsammeln. Chesty. Ähm. Ja, die kann Chesty jetzt hier haben. Da kann man ein paar Steine mitnehmen. So. Zack. Und dann kannst du die ruhig einpacken. Dann möchte ich noch ganz gerne hier das Holz mitnehmen. Zack. Und dann können wir auch schon mal wieder zurück. Und pflanzen. So. Und mit dem Kram. Oh. Ähm. So. Machen wir das so. Dann können wir das auch noch mitschleppen. Ja. Dann sind wir, glaube ich, erstmal ganz gut gewappnet. Dann müssen wir nochmal zu der Maxwell-Statue zurück. Da, wo die rote Huys waren. Und dann gucken wir mal. Ach, voll Mond. Cool. Wir können weiterlaufen. Ne. Wir müssen mal eben was essen. So. Ja. Dann wollen wir mal eben den Kram hier zwischen backen. Und dann können wir ja weiterlaufen. Mh. So. Gut. Ist hier sonst. Da waren wir schon. Dann rennen wir da oben mal ein bisschen zurück. Über alle flecken Sumpf dazwischen. Oh, wie süß. Wüsst du gar nicht das hier? Na, die schlafen doch niemals. Oh, niedlich. Dem kann ich jetzt nichts tun. Ich bringe immer die Kaninchen in meinem Inventar um. So. Steine nehmen wir noch schön mit. Und dann mach ich auch gleich ne Pause. Ich soll nur ne kurze Aufnahme weiter machen, damit ich auch noch ein bisschen vorankomme hier. Im Herbst des Lebens. Von Don't Starve sozusagen. Ach Mensch, jetzt fliegt der wieder ein. Total doof eigentlich. Ob ich mir mal eben traue? Das ist so ne fiese Reihe. Wenn da nicht ein Baumwöch dabei ist, dann weiß ich es auch nicht. Aber... Ne, noch nicht. Okay. Aber das reizt mich so, weil ich den Kram ja auch mitnehmen muss. Sammeln mal eben ein. Dann müssten wir uns eigentlich mal eben... Komm ja. Zack. Sind ja nicht so, ne? Eine Schaufel machen. Damit wir das auch mitnehmen können. So. Nichts umkommen lassen hier, ne? Ähm. Axt. So, komm. Mach schneller. Wurzen. Boim. Natürlich geht mir die jetzt auf den letzten Augenblick noch kaputt. So. Ähm. So. Wie er plant. Einsammeln. Einsammeln. Liegen lassen. Und weil es so schön war... Hui. Lalalala. Wah. Hilfe. Wir brauchen noch so viel Kohle. Sorry. Doch, mach. So. Chesty, komm da weg. Nicht mit dem Feuer spielen. So, und hör mal auf zu brennen hier. Gib mir die Kohle. Ja, ich nehme mal die Asche vor. Jetzt aber mit. Dann müssen wir uns auch gleich noch dringend einen Noxen bauen. Und... Wie viele Steine habe ich dann schon? Anderenischen Extraslot. Dann nehmen wir die natürlich auch eben noch mit. Und... Natürlich geht die auch noch mal eben kaputt. Das nehmen wir alle schön mit. Bevor wir uns gleich auf den Heimweg machen. Und dann... Zack. Gut. So. Das auch noch mal eben hier. Ah, die Flüttkante gehen lassen. Den brauchen wir nicht. Gut. Dann laufen wir jetzt mal langsam wieder Richtung Lara. Und... Dann müssten wir ja noch mal... Oh, gut. War das da ganz oben? Ja, hier ist es. Wow. Das ist schon... Na ja, geht aber noch. Laufen wir erstmal zurück. Laufen wir erstmal zurück. Und dann sehen wir weiter. Oh, hier komm. Da können wir ja jetzt stapeln. Ganz schön vorrottet. Dann nehmen wir noch mal ein Möhrchen mit hier. Apropos. Dann wird unser Morsen da in der Kiste auch schon halbwegs vergammelt sein. Mann, verdammt. Dann müssen wir jetzt ganz schnell zurück unseren Poppot machen. Damit wir wenigstens ein bisschen noch was kochen können. Dann laufen wir mal schnell zurück. Bevor das Fleisch ganz schlecht ist. Ähm, ja. Trito. Vielleicht bin ich zu Hause. Äh, oh. Oh, wir haben schon einen 40er Stack voll verramt. Wir sind immer wieder ganz zu Hause. So. Lalalalalala. So viel dazu. Eine Orientierung wie ein Toastbrot. Lalalalalala. Achso, Maulwurf. Da waren wir doch weiter von zu Hause weg, als ich gedacht habe. Wo wohnen wir da? Wo wohnen wir? Da wohnen wir. Bing. So, pass auf. Ähm. Wir brauchen. Wir brauchen. Wir brauchen. Wir brauchen. Wir brauchen. Erstmal eben ganz schnell einen Crock-Pot. Wir brauchen Cut-Stone. Chester. Cut-Stone. Ne. So kochen wir auch dafür. Nimm mal das eben bitte. Und dann können wir uns jetzt eine Trock-Pot bauen. Ähm. Da hin. So, pass auf. Und bevor wir jetzt hier weggehen, machen wir jetzt mal eben zack zack. Und zack. Und ähm. Mist. Ähm. Okay, das können wir ernten. Und neu. Und mitnehmen. Und da oben die Möhre kann man auch noch reinstecken. Und jetzt erstmal eben was essen. Oh, das ist alles so auseinandergezogen. Das merkt ja voll. So, klappe. Und gleich das nächste kochen, wenn wir uns das Stück Fleisch hier schlecht wird. Sehr schön. Dann können wir mal eben Feuer machen. Das mit. Und dann müssten wir eigentlich... Schweinwerks bauen. Dafür brauchen wir die hier. Und jetzt können wir... Dann bauen wir hier eins hin. Können wir noch eins bauen? Ja. Dann bauen wir hier eins hin. Und wo noch eins bauen? Ja. Und da. Und jetzt gucken wir eben nochmal... Ich hoffe, das ist noch nicht schlecht geworden. Nee, geht noch. Okay. Dann trocknen wir die mal hier schön, die Jerkies. Beziehungsweise die Morse zu Jerkies. Ja, kannst du gleich essen. Und dann machen wir uns gleich die nächste Portion. Da siehst du, das geht doch einigermaßen. Gut. Und während das hier kocht und während dann hoffentlich bald der nächste Tag anbricht, sehen wir uns sicherlich in der nächsten Folge wieder. Wenn es dann wieder heißt, Domespa auch, ne? Rain of Giants. Bis hierhin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch, Lucy. Essen ist fertig. Tschüss. 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 Tschüss.